hallo ich begrüsse dich und ich freue mich dass du wieder da bist und dir die zeit nimmst mein video anzuschauen engelbotschaft für heute heute begleitet uns erzengel uriel erzengel uriel arbeitet auf den rubin roten lichtstrahl auf und das besteht aus purpuren und goldenen licht versuche diese goldene und purpurne licht in dir zu visualisieren das ist der strahl der weisheit und spiritualität wenn du diesen wunderbaren goldenen und purpuren lichtstrahl in dir vorstellst das wird dir ruhe gelassenheit liebe und inneren frieden bringen bringen und du wirst auch mehr diese wunderschöne qualitäten auch anderen menschen zukommen zu lassen trete bewusst heute mit erzengel uriel in kontakt trete in kontakt verbinde dich mit ihm und er wird dir helfen dich mit den menschheit eins werden zu lassen du wirst in dir hohe gnade freude und freiheit erlangen stelle dir vor wie diese wunderbare purpurne und goldene licht dich einhüllt wie ein schützender lichtmantel und bitte erzengel dass er dir hilft dass er bei dir ist dass er dich unterstützt dein bewusstsein auf eine höhere ebene zu erheben verbinde dich mit anderen menschen werde eins in gelassenheit und inneren frieden erzengel uriel sagt dir auch dass heute ein besonderer neuanfang für dich bereitsteht das leben verläuft ja in rhythmen und kreisläufen und es ist jetzt nun für dich die zeit der wiedergeburt vorgesehen du kannst diese neue phase in deine beziehung vielleicht wahrnehmen oder als eine aufkeimende idee in deinem beruf oder in deine entwicklung oder ein neuer wesenszug wie lachen licht oder hoffnung es kann aber auch eine totale veränderung dir bevorstehen erzengel uriel sagt dir habe keine angst habe vertrauen vertrautes loszulassen denn das neue kann erst in dein leben treten wenn das alte und verbrauchte sich verabschiedet hat akzeptiere das neue damit es auch willkommen ist lass diese neue in dein leben willkommen heißen willkommen wenn es eintritt jede geburt ist eine zeit der verletzlichkeit und genauso wie die geburt eines kindes willkommen ist auf diese welt so wird auch diese neue in dein leben willkommen sein die neue lebenskraft in deinem inneren ist noch zerbrechlich und muss beschützt und genähert werden behütet werden aber erzengel uriel steht dir heute an deine seite der steht dir bei bei allen neuanfängen in deinem leben und unterstützt dich um deine situation sicher zu einem stadium der reife zu führen heisse das neue in deinem leben willkommen hege und pflege es das war die engelbotschaft für heute ich sende dir ganz viel licht und liebe aus meinem herzen heraus und sage bis bald Namaste Deine Valeria 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 Vielen Dank.